Hallo zusammen, ich bin Lukas, ich arbeite bei Manorz Basel als Systemgastronomiefachmann im zweiten Lehrjahr. Und heute möchte ich euch gleich mitnehmen, meinen Lehrberuf ein bisschen näher vorstellen. Kommen wir doch gleich mit. Das Coole an meinem Beruf ist, dass ich die Ware bestelle. Nachher bereite ich sie nach Bestellung des Kunden zubereiten, berate sie auch. Und nachdem der Kunde gegessen hat, räume ich ihn wieder auf und alles wieder herstelle, dass der nächste Kunde kommen kann. Ich arbeite gerne mit frischen Lebensmitteln und Produkten, damit ich dann dem Kunden das Bestmögliche an Qualität bieten kann und ein herrliches Erlebnis bei uns im Manorra-Restaurant bieten kann. Für den Beruf Systemgastronomiefachmann oder Fachfrau zu lernen, bringst du mit. Freude an Kontakt mit Menschen, gerne arbeiten im Team, organisieren und gestalten von Anlässen und Räumen und gerne arbeiten mit Lebensmitteln. Du seht mich jetzt gerade im Büro arbeiten. Ich gehe die letzten Bestellungen und Lieferscheine durch, ob alles gestimmt hat. Und nachher gehe ich noch schnell ins Lager, die neueste Bestellung aufzunehmen und dort wirklich eins zu eins schauen, ob die Bestellung stimmt. Merci bist du mit mir mitgekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch mehr Interesse hast am Systemgastronomiefachmann oder Fachfrau, dann kannst du unter youngstars.mano.co schauen und dich auch bei der MANO bewerten. Ciao miteinander! Parfait挺 Vielen Dank.